So Leute, heute ist weiße Weihnacht angesagt. Zieh mal Kapuze um. Gucken wir mal. Ach, überall ist Schmäh. Alles ist weiß. Geh mal ein bisschen in die Skalasetten ran. Ich hoffe es liegt zu viel auf der Linse. Ich glaube ich verstecke, ob ich sie mal nicht im Augenblick habe. Nein, aber jetzt mein Arm. Oh. Oh, meine Kamera wird nicht zu nass. Sehr gut, der ganze Schnee. Ich glaube ich gehe jetzt mal ein paar Schritte mit dem Schnee. Mal gucken, wie das aussieht. Ich gehe in die Schnee. Ich gehe in die Schnee. Es ist gut, wir müssen uns aufhören. Weißer Brüchtier, ich glaube ich schieße jetzt noch ein paar Fotos, kleine Videoaufnahme ist jetzt erstmal fertig. So, fertig mit der Aufnahme.